hier in dieser welt haben wir kaum was und in unserer anderen welt da haben wir voll viel da sind wir eigentlich könige der rohstoffe kann mir eigentlich gerade mal einer sagen was ich hier mache wenn ich wüsste was du machst ja das sieht ziemlich abenteuerlich aus wie du dein weizenfeld daraus wenn ich das mal so sagen dann ja da kommen wir noch zauern und so weiter ich bin ja noch nicht fertig von daher gut haben wir auch noch mehr als du sagst nicht wir haben gar kein eisen mehr und deswegen gehe ich ja jetzt auch in die mine nun kommen dennoch stix zählen ab in die kinder schüler kaufen wir doch so nach wie sie sind oder ja ich stehe hinter dir ich habe mich gerade gewundert wie ich so neben mir auf einmal die tür auf geht so nein ich bin doch doof du kannst mich mal eben hauen hau mich mal bald bitte ja ja hau mich mal Aua ich habe jetzt auch noch zwei äh pickaxes gemacht statt zwei ähm da heißen sie Dingens und dann oh mann naja dafür haben wir beim nächsten mal müssen wir nicht direkt äh irgendwelche aus Eisen machen dann haben wir direkt schon zwei ok oh Gott ich bin ein bisschen verbeilt heute merkt man nein dafür ist es noch recht früh dass ich jetzt hätte ich beinahe Milch aus äh Holz gemacht ach ne komm Nils ja ja ist gut okay ich brauche mal dringend was zu essen ja ich auch ach ja geh mal in den Ofen und guck dir mal die Textur an soll ich mich brennen soll ich mich etwa brennen oder wieso soll ich in den Ofen gehen nee an den Ofen gehen und guck mal rein ich weiß nicht ob jeder weg ja das sieht auch cooler aus schön im Retro wollte schon sagen Retro Design also das gefällt mir wirklich mit am meisten und die Schöpfung das finde ich cool und ich mache mal hier vorne nachdem ich von der Mining Tour wiederkomme das wird dann wahrscheinlich aber erst in der nächsten Aufnahme Session sein mache ich im Vorgarten habe ich mir vorgenommen mit Heck und so weil da vorne ist ja direkt der Dschungel da kann man da ein bisschen abholzen also auch so ähnlich wie wir es in so einem Film abzuhauen ja vielleicht machen wir irgendwann mal ein Let's Show daraus mal gucken wir dann aber ich denke mal wir machen auf jeden Fall Let's Show darüber oder joa wenn es was besonderes gibt äh ist was es auf jeden Fall schon ist naja ich meine unser ach ja wir haben jetzt ein Haushühnchen wollte ich nur kurz sagen ähm die Bergküttel die ein Haushühnchen ach ein Haushühnchen ähm aber die Bergküttel Bergküttel die ihr jetzt nicht kennt die schon was besonderes aber wir sagen noch nicht zu viel es soll ja immerhin ein Let's Show soll ja nur überraschung sein und auch bleiben ja ähm so ich bin dann mal weg ne adieu mein Schatz ich werde dich vermissen oh richtig auch guck nach hier ich werde dich vermissen ich hab auch gerade Röhrer Prozent Prozent der ist gut ihr Wort und wohl heißen und ich soll ab und ja okay ich komme dann wohl nie wieder du weißt was ich meine ja okay ich lass es kommen das wird jetzt auch ein bisschen zu Alpa jetzt wäre ich an die Ziel und wenn man ein zweiter Ihren ist ständen Und da sind auch vier hier, gut. Wo ist denn der Art 1? Ich weiß aber gerade nicht, ob das ein bisschen funzig klein hier ist. Naja, fürs Erste reicht es ja mal, oder? Fürs Erste, aber ich mache, glaube ich, einfach noch hier. Ich meine, das kann man dann ja wirklich beliebig erweitern, so wie du das da gebaut hast, oder? Ja, der Platz ist ja genug da. Wollte gerade sagen. Aber vielleicht mache ich hier auf einer Seite noch eine Schicht weiter, dass ich hier... Ocelot! Ocelot! Getrackt vor meinen Füßen, Ocelot! Dann hol ihn mit. Ach, hast du Fisch? Nee, ne? Nee, eben nicht. Wir haben noch... Ich bin ja gerade auf Mining Tour, also habe ich hier auch keinen Fisch dabei. Achso. Okay, ach, dann muss ich den jetzt schon wieder hier abreißen. Sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen viel baue und dafür verhältnismäßig ziemlich viel abbauen muss wieder. Aber gehört nochmal dazu, wir haben uns jetzt nicht allzu große Gedanken gemacht, wie wir das jetzt hier machen, beziehungsweise ich. Doch, deswegen... Boah, nee, jetzt sind diese dämlichen Strömungen hier. Die hasse ich. Okay, er kommt schon hier. Da, da, da. Und da. So, so... Nein. Mist. Oh, hast du ein Bett bei? Ja. Ich mach mal gerade eben... ...nen Screenshot. Wofür? Ja, der Sonntag hat eben gesagt. Richtig episch aus. Gut. Und das basteln wir hier eben noch zu. So. Du, 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 du. Ach ja, ich könnte mir jetzt irgendwie auch noch... So, ich brauche unbedingt mal einen Eimer. Haben wir eigentlich schon einen Eimer? Und ich brauche was zu essen. Ich kann, ups, mich gar nicht mehr sprinten. Also, hast du jetzt ein Bett da stehen? Nein, aber ich kann mir in Ruka ein Bindeseil ein Bett platzieren. Dann mach das jetzt. Ich war links. So, warte kurz. Hier oben im Chat sieht man noch einige Problemchen. Im An, hörst du mich? Nee, Mann. Ja, aber wir haben es ja hinbekommen. Ja, ich hoffe mal. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf. Das war mal sinnvoll. Ja, ich weiß. Ich bin ein Genie. Ich bin ein Genier der Sinnvoll-Fähigkeit. So, ach ja. Ich wollte gucken, ob wir einen Eimer irgendwo rumfliegen haben. Und unser Haus, wo ist hier gerade... Läuft hier gerade ein bisschen rum. Ähm, hm. Wer haben kann... Kein Eimer. Ich sehe es mir gerade keine... Ja, ich glaube, wir haben auch gar kein... Wir haben auch gar kein... Wir haben auch gar kein... Hier ist die Kisten, hier ist nichts. Und unser Lagerraum, sollten wir vielleicht mal wissen... Ja, weiten wird es, den hattest du doch letzte Aufnahme noch gemacht, oder? Ja, hattest du. Ja, okay, ich habe gerade... Naja, ich habe jetzt zwei Projekte, in Anführungszeichen. Ich mache dann mal hier erstmal da weiter. Und da ist ein Zombie. Die Texte finde ich auch cool und gelungen. Der hat nämlich jetzt keinen Kopf. Fua... Riefe. Freigegeben ab. 16. Nee, ich war's. Also alle, die jetzt unter 16 sind, ja, tut mir leid, ihr müsst das leider auf Pause drücken. Und dürft euch das Let's Play leider... Nicht mal... Ja, nee, ich wollte jetzt anders formulieren und hab das Glück, ihr und ihr müsst euch das Let's Play jetzt nicht reinziehen. Die anderen müssen das nicht noch. Und müssen qualsam unter unseren blöden Kommentaren like. Ja, aber ich weiß gerade gar nicht, wie ich denn... Das hier machen soll. Ich weiß mal den hier, den Blog auch von der Anfangs ein bisschen boh ist. Nein, komm. Juhu, endlich ein Höhlen-System. Ich liebe es. Reicht das hier? Also ich höre immer noch weiter dazu, nur ich bin grad hier ein bisschen am Überlegen. Okay, ist jetzt erstmal ein bisschen provisorisch hier so. Bisschen doof gemacht und die Erde ist gleich alle. Wisst, alle ist es gerade alle. Eisen, oh. Und die Hungeranzeige ist auch jetzt gleich alle. Ja, hier in dieser Welt haben wir kaum was und in unserer anderen Welt, da haben wir voll viel. Da sind wir eigentlich Könige der Rohstoffe. Das ist echt irgendwie ein bisschen komisch. Tja. Aber da haben wir, glaube ich, auch schon ein bisschen mehr gezockt als hier. So, jetzt erstmal eine Erde holen. Dumm, ne, dumm, ne, dumm. Das dauert hier ein bisschen, ehe wir mal durch die Gegend gelatscht sind. Ne, äh, äh. Hier muss ich gar nicht zumachen, hier geht der automatisch. Hier ist, äh, nichts drin, komm ich da dran, ne. Oh, okay. Jetzt bin ich hier. So, Dirt, wir haben nur noch zwölf Dirt.